Hier brauchen wir Schlüssel für... Warte, nee, das hatte ich schon ausprobiert. Hier brauchen wir das Auge von Odin. Hier kommen wir nicht rein. Der Hebel hier taugt ja dafür bestimmt nicht. Nö. Habe ich hier irgendwas übersehen? Puh. Knifflig, knifflig. Nach unten können wir ja nicht. Hier ist auch nichts. Und ganz unten war ja auch nichts mehr. Hier ist nur das Puppenhaus. Cool, jetzt hängt er da unten. Ich wusste aber auch nicht, was ich mit dem Schraubschlüssel machen soll. Puh. Der hilft wohl nix. Ich, jetzt soll ich mal hin und her rennen. Ja, wie bitte. Habe ich nicht. Ach, da oben. Ich bin ein Blindfisch. Boah, ich bin so ein gewaltiger Blindfisch. Hör mir ein Bild. Banane, Lupe, Schuhe dreimal. Lass mich raten, das suchen wir, oder? Habe ich mir jetzt gedacht wegen dem Einräts, äh, die Banane. Einmal Schuhe. Ist das die Lupe? Ja. Schuhe, Garn, Rosen. Sieben. Schuhe, Garn, Rosen. Schuhe. Schuhe. Schuhe, Rosen, Korb. Schuhe, Rosen, Korb. Korb ist da hinten. Ähm. Ich sollte doch Schuhe nur dreimal finden. Stern? Stern habe ich doch gar nicht gefunden. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Äh, Rubinauge. Schmetterling Uhr. Uhr. Uhr ist da. Schmetterling, Rubinauge, Schuhe. Hä? Da habe ich doch schon draufgeklickt auf die Schuhe. Hä? Das ist merkwürdig. Rubinauge, Schmetterling. Rubinauge, Schmetterling. So, jetzt habe ich aber alles. Ach, danke. Lily Medallon, Jo, Medallon. Und Rubinauge. Was haben wir hier? Ich brauche eine Filmrolle. Gerne. Ja. Er ist so stick... Was? Es ist so stickig hier drin. Mein Kopf dritt. Achso. Ich kann den Vorhagen nicht ohne den Hebel hochziehen. Der ist doch schon oben, der Vorhagen, oder? Einen Sattel. Was für ein tragischer Film, armes Pferd. Und warum flimmert das hier an der Seite so? Wären wir gleich in ein Wurmloch reingezogen. Und hier auch. Puppe, was sagst du dazu? Unheimlich, oder? Und hier unten auch? Nur oben nicht. Haben wir hier noch irgendwo... Warte, da. 16 von 36. Sonst haben wir keine... Boah, weil ich hier betrunken war. So. Sattel drauf. Puppels für das Puppenhaus. Das kleine Mädchen ist Sam's Schwester. Ihr Name ist Kim. Sie hatte sich versteckt. Weil mit all das Schreckliche passierte. Habe ich mir schon gedacht. Weisenhausschlüssel. Aber erst mal... Ah, jetzt haben wir drei davon. Also, wieder zurück. Oh, neues Wimmelbild. Interessant. Aber erst mal... Weisenhausschlüssel. Weisenhausschlüssel. Cool. Oh Gott. Auge, Glocke, Leier. Auge, Glocke, Leier. Da ist das Auge. Glocke, Leier. Leier, Blatt. Blatt war da oben. Leier ist da. Glocke, Herzanhänger, Note. Dreimal. Was hatte ich gesagt? War hier nicht... Genau. Da unten war schon mal eine Note. Isolierband. Schädel. Feder. Neben der Spinne. Ähm. Felle. Lastwagen. Streichhölzer. Kriegen wir die jetzt endlich? Äh. Achso, Pfeile. Hups. Ähm. Pfeile, Note dreimal. Glocke. Glocke. Eine Note. Brauche noch eine. Note. Pfeile. Es ging ja mal rucki zucki. Pfeile und Isolierband. Kann ich das durchpfeilen? Wagenhebel, äh. Drehhebel für den Wagenhebel wahrscheinlich. Das hilft uns wahrscheinlich noch nicht. Schau dir das Videoband an. Oder du wirst das Schloss nicht öffnen können. Ja, ich wollte ja nur ein bisschen die Taschen leeren. Ich bin ein zartes, kleines Mädchen. Und kann nicht so viel mit mir herumschleppen. Das musst du verstehen. Hups. So. Magischer Nebel kommt und der Zug ist einfach weg. Obwohl wir ihn angehoben haben. Äh. Mysteriös. Hab ich hier irgendwas übersehen? Okay. Ich glaube hier war ein Videoband einzulegen. Ach so. Ja. Ich dachte du machst das alles in einem. Warum man das verschließen sollte, weiß ich nicht. Und liebe Kinder, hier wisst du doch glaube ich mir schon gar nicht mehr, was VHS-Kassetten sind. Oder? Ach. Nostalgie. Dabei bin ich gar nicht so alt. Ja. Hallo? Videoband? Ach so. Dieses Kabel ist zerrissen, aber ich kann es reparieren. Mit Isolierband. Nicht zu Hause nachmachen. Sonne, Mond. Sonne, oben, unten, Mond war das, oder? Jetzt wissen wir, wie wir das Schloss an der Tür zum Waisenhaus aufbekommen. Steht das im Journal drin? Genau, hier waren wir stehen geblieben. Ich habe den Clown befreit. Danach hat er mir den Schlüssel zum Käfig gegeben. Jetzt kann ich meinen Mann retten. Oh. Dann muss mich jetzt unter Deck den Schlüssel degenerten, ich habe den Schlüssel. Als ich zur alte Seite imparti, Vielen Dank.